dass wir hier die 4 ok dann heisst es mildere Pflanzen und hier sind auch die falschen Topfgrössen ok ok hier das China Ding und hier die Fruchtfliegen ok dann müssen wir noch 2 grosse Bars ah so Entschuldigung stimmt die müssen auch noch kaufen Wälzer und Schriftrollen beide ne oh mein Gott eine grosse Pflanze und hier für 2 da müssen wir den Mondstein haben weil hier haben wir ok dann haben wir mal 1 Wälzer und Schriftrollen oh Gott wieder nach Hogsmeade aber wir haben es dann ne ich bin irgendwie stolz auf uns das wir es auch noch machen können Hogsmeade ja und das ist das Ding hier also weißt du wir haben ja also du klickst nur so raus damit man es sieht aber du das siehst eigentlich nicht aber Wälzer und Schriftrollen gut wo sind die die sind glaube ich irgendwo im nirgendwo äh ne das war nicht hier ne nein auch nicht der Schneider nö du bist Zaubertränke Ollivander ist auch nicht hier nein ah logisch hier unten ne dann nehmen wir das hier äh ich hab ein Laptop gut das war halt Aktion aber da ist 1000 äh wie die 100? 600 war der Aktionspreis aber ja über 2000 glaube ich normalerweise ne Xbox die im Regal steht für 250 und ich das funktioniert einfach alles in 4K weißt du das ist so WTF und noch eine gute Höhe verstellbar dicht ist ja besser was anderes ähm so äh in Süden 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 muss man gehen wenn man stehen kann muss man im Süden gehen oder so in der Erde ja und praktisch also die Blase ist äh ist eine gute Geschichte hier so Entschuldigung tut mir leid ich muss hier durch ich muss hier durch oh sind zu viel durch aber hier so so ich glaube wir sind ja richtig ne ich fragte mich schon wann wir uns wiedersehen ist das die Bahnhof schauen wir uns mal an was wir haben ach ne ok mit zwei großen Töpfen komm wir haben wir haben komm scheiß drauf nichts ist schöner als genau das richtige zu finden das sind so 3000 aber hey mit drei kleinen Trankstation ne wir haben es ja Dünger wäre halt schon noch geil aber hey scheiß drauf lassen sie mich wissen wenn ich ihnen jetzt haben wir das gekauft wer hat Mondstein können wir noch Mondstein farmen das in der Gegend würde schon funktionieren Mondstein farmen und dann geht es ab wir könnten auch die Bilder an den Wänden wegratzen aber ich glaube das lassen wir lieber so Mondstein überall gibt es vielleicht Mondstein an den Wänden oder Co müssen wir mal gucken wo es die gibt Mondstein hier ich glaube nicht ich habe hier Tiere gefunden die wir klauen können jetzt ist alles gut jetzt ist alles gut wo denn shit haben wir uns übersehen oder was Quacke kein Grund zur Aufregung ich tue dir nichts so jetzt haben wir 10 ne glaube ich ruhig ich tue dir ja nichts das weiß doch der nicht Wilderer ist Wilderer Clown ist Clown oder so in der Art ne also das kommt nicht gut an aber gut jetzt haben wir es ja Mondstein gab es doch hier immer überall ein bisschen so noch höher was war das ach so ein Niffler also gespielten Niffler ach ist er süß so und apropos Blase Partik ne muss jetzt Info ich muss auf Toilette naja da wird es wohl nicht anders geben als zu gehen ne so dann würde ich mal hier in der Luft ja würde ich zwei Sekunden mal Pause machen ne und hier oder hallo ja ähm Dingens Stein ne wer hat auch schon was ich kriege wirklich heute fünf Stunden hin fünf Stunden Aufnahme das ist doch nicht zu fassen das ist nicht mal gut dann wäre es 20 Uhr ne also Mondstein ach haben wir das Ende der Fahnenstange erreicht oder was nö was brennt da hinten so ist das irgendwas das wir ah ja Flughunst so gesehen aber hier ist ein Mondstein irgendwie Mangelware also generell wenn man nachsucht ist es ein Mangelware Mondstein weil Mondstein braucht man um ähm im Raum der Wünsche Akkuman und im Raum der Wünsche Klinge zu erscheinen zu lassen genau so sieht interessant aus nein sieht es nicht aus ähm ja Inferi toll ähm so macht man das nicht noch einmal übrigens ich will nur sagen speichert das ding automatisch das wäre der move gewesen fünf stunden aufnahme einfach weg zweiter erster 1934 stimmt das wäre jetzt hammer gewesen wie schon weg fünf stunden aufnahme einfach für die katz kacke noch mal das so ist wirklich für den arsch gewesen zu glück da manchmal speichern nach fünf stunden nur vier stunden 40 weger wäre ich gern gelangweilt hätte ich normale arbeit ich sollte die tierwesen in der nähe können jetzt ruhig schlafen ja alle anderen auch nicht mehr inventar möchte mal gucken ach ok monsther 960 jo passt ja wir brauchen 60 stück zweimal 30 ne äh hogwarts geheime räume raum der wünsche so das war's ja jetzt wird alles wieder neu aufgebaut hier kommt die damen mal kurz durch dankes ihr und wir machen es ja und ich kleine nein ich kann nicht mehr beschwören scheißendreck ich kann nur sieben von sieben haben nicht dein ernst oder du doch kacke nö hä dann nehme ich halt in die Mitte fertig wenn es nur einen gibt das ist kacke aber hey so ist es nun mal hier haben wir vier fünf sechs sieben ja wird das irgendwann noch größer werden eventuell ich hoffe es dann können wir noch jeden nochmal einen anbauen das wäre schon genial